Hallo und herzlich willkommen bei uns auf dem YouTube-Kanal whatsapp.bike. Und zwar heute habe ich ein neues Bike für euch, das neue Specialized Levo S-Works für 2021 in der Red-Tin Farbe, wo alle sich schon darauf gefreut haben. Und zwar hier steht das gute Bike. Ich würde sagen, wir springen direkt in den Port. Musik 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 Musik